Ich will ja zwölf Leute finden, die bereit sind, sich für einen Aktkalender nackig auszuziehen. Was machst du mit den Leuten, die keine Beine haben? Ich bräuchte ein anderes Glas, bitte. Wenn man in die Urwälder guckt, dann können sich ja, glaube ich, zehn Leute drumherum stehen. Aber mit längeren Armen als wir. Ja. 40 von uns. 50 von deiner Sorte. 50 von meiner Sorte und 30 von deiner Sorte. Mittellanger. Which part of your body you're most concerned about? Stomach. Stomach? Not the lower part? No, I'm very happy with my penis and legs. Sorry. Ich habe Geschichten gehört, dass du in der Disco die Frauen angebaggert hast. Ja, aber nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht solltest du die Strategien ändern. Ah, jetzt darf mal jemanden auf den Kuppen. Wie viele Leute hast du verprügelt in deinem Leben? Weiß ich nicht. Wie viele Leute hast du verprügelt? 4, 5, weiß ich nicht. Also mehr wie zehn waren es nicht. Okay, we are ready. Das ist alles sexy. Wie gibt es? Wenn man das auf Fotos sieht, gewöhnt man sich daran, dass es Behinderte gibt. So ist mein Blas. Ja. Auch noch. Ich gucke nicht mal auf andere, wo man sagt. Wir haben heute schon mehr, die wir haben in den Köpfen gezogen. Ja. Ich bin blau. Ja. 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 Ja.